Ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft mit dem Lofty Potato und mir, dem Pobra. So, wir waren letztes Mal, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier ist Eisens. What? Eisen, Digga. So, gut. Ja, wir waren letztes Mal auf der Suche. Ja, kann man immer ganz gut brauchen. Ich gehe schon mal ein Stück weiter. Hier ist noch mehr Eisen, das kannst du holen. Wunderbar, das leckt nicht mehr. Hier ist ein Zombie. Leckt nicht mehr, Bruder. Ja, läuft doch. Hier ist ein Gang nach unten. Da unten ist ein Skelett. Okay, gut. Also, wir brauchen so viel Eisen wie möglich. Kannst du bitte das... Das leckt ein bisschen. Wo bist du hin? Äh, ich bin hier. Du siehst meinen Namen. Ich hab grad gesneakt. Da liegt Eisen an der Wand. Ähm, ja. Was ist das? Ja, wir brauchen so viel Eisen wie möglich, weißt du? Mhm. Wir sollten mal equipen. Ja, auf jeden Fall. Also, Kohle, Magazine brauchen wir Schießpulver, ne? Ja, wir brauchen Creeper. Wir brauchen definitiv Creeper. Ja. Wäre ein guter Plan. Mh, komm, lass mal hier runter gehen. Hier sieht's aus, als ob da unten mehr wer. Kommst du her? Ja, hier gibt's aber Kohle. Ich glaube, wir haben mehr als genug Kohle, oder? Erfahrung, Digga. Meine Pizza wird kalt, Mann. Das leckt ja auch gar nicht. Nö. Nö. Das ist scheiße, wenn's so dunkel ist. Mal schön mal Licht anmachen hier. Ja, das reicht an Kohle, Mann. Lass mal... Achso, du gehst schon runter. Ja, ja. Da ist irgendwo ein Skelett. Ich kümmere mich um das Skelett. Ja, ich bohre hier das Eisen. Da ist das mit dem Bruder. Fuck. Hier unten ist nichts. Gut, wir können wieder hoch. Ja. Hier muss doch irgendwo irgendwas Geiles sein. Nö. Wir sind doch jetzt nicht umsonst hier runter gegangen, um nichts zu finden. Vor allem, um da unsere Race zu haben. Hier. Hier geht's noch mehr. Da geht's noch weiter. Warte, mach du das. Ich mach das hier unten. Hier ist ein Skelett neben uns. Hast du's gehört? Nee. Okay. Also gut. Äh, ich weiß gar nicht. Was sagt eigentlich Dominic gegen Jumpcutten? Nichts. Was soll der dagegen sagen? Ich hab gesehen, dass du's gemacht hast. Können wir auch... Ja, ein bisschen. Ich hab gar keine Zeit zum Schneiden gehabt. Deswegen sieht die auch so herzlos aus, die Folge. Okay, da ist ein Skelett. Ey, du Wichser. Mach's kaputt. Okay. Hier, hier ist ne Kiste. Ein Colt, ein Helm, Eisen, Kohle, Lapislazuli und ein Magazin. Perfekt. Nice, Digga. Wir brauchen einen Creeper. Wie kann man denn noch Schießpulver herstellen? Was hatten wir denn letztes Mal? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Da oben war auch noch Eisen, ne? Mhm. Einfach alles mitnehmen. Weißt du echt nichts mehr? Keine Ahnung, Mann. Ich glaub da... Dein einer Zuschauer hat doch da mal was geschrieben gehabt. Ja, ich glaub... Ich kann mich... Kannst... Was? Irgendwas mit Kakteen? Mit Kaktussen? Nee, ich glaub nicht. Also ich wüsste jetzt nicht. Äh, hast du... Ich hab noch einen Stick. Gut, ich hab noch Colons. Der wollte ja eh mit dir skypen, soweit ich das gesehen hab, ne? Ja, aber... Hast du gelesen, was der andere geschrieben hat? Ja, du brauchst mehr Abonnenten. Bin grad noch drauf gegangen, ja. Äh, kommst du? Zurück? Dankeschön. Ich boah hier noch ab. Ach so, okay. Ach, verpiss dich doch mal, du scheiß Fledermaus. Du Mäuschen, du. Also, wir... Weißt du, hier sind halt... Das Geile ist halt, hier sind die Kisten, ne? Mhm. So, ich hab jetzt 36 Eisen. Yo, nice. Ich hab auch nochmal... Ich hab auch 36! Oh mein Gott, Alex! Oh ja! Ich hab mein Mikrofon übrigens anders hingestellt. Ich hab das jetzt so hingestellt... Mit Eisen, Melon Seeds, Kohle... Äh, irgendeine Karabiner-Munition, Mosin-Munition... Schön, schön! Zwei Gold. Ja, nice. Was haben wir denn nochmal für Waffen oben? Äh, weiß ich nicht, aber wir nehmen halt alles mit, was wir finden können, ne? So, ich mach mal hier meine letzte Fackel hin. Yo, ich hab noch 40 Fackeln. Hier geht's nochmal runter, hier ist noch ne Kiste. Ja, sammle rein, Digger, sammle rein. Zwei MGs, ein Sitz... Magazin, Springfield Ammo, okay. Okay, ich hab'n Helm. Warte, ich hab'n Helm für dich, komm mal her, wo bist du? Hinter dir. Hier, warte, hier ist ein Helm. Gold, oder? Ja. Ne. Keine Ahnung. Ist das schon... Ja gut, der bringt dir aber gar nichts. Komm mal mit. Sieht cool aus. Knockback Resistance, hat er 0,2 Knockback Resistance. Da unten ist was, da unten können wir hin. Ähm. Muss... Ach, der hat das jetzt aufgesammelt, oder nicht? Alex, wo bist du? Alex! Wo? Hier. Hallo? Ich hab' keine Spitzhacke mehr. Äh, warte, hier. Ich hab' trotzdem keine Spitzhacke mehr. Hä? Hast du denn ne Eisenspitzhacke gekriegt grade? Ach egal, komm einfach mit. Ne, hab' ich nicht. Ja, ich hab' die wieder aufgesammelt. Aber jetzt lässt mich grade. So. Oh. Was haben wir hier? Hier unten haben wir viel. Wir bewegen uns grad wieder Richtung Mitte. Okay. Okay. Ich seh' von hier keine Creeper. Ich seh' hier nichts. Tom's Topic just earned the achievement. Getting good old. Fängt aber früh mit an. Okay, gut. Also Alex, wir brauchen Diamanten. Ups. Mehr auf jeden Fall, ja. Eine Million Creeper. Einfach. Okay, wir sind auch auf... Dann brauchen wir das Eisen hier ab, komm. Also wir sind auf Höhe... 33. 33, ja. Ja, gib mal hier ne Spitzhacke bitte. Warte, wir machen das anders. Nein, die sind doch zurückgesetzt worden, die Achievements. Ist doch ne neuer Server. Dominik hat doch den Server umgesetzt. Ach so. Da hat ne Steinspitzhacke. Ja, die ist da hinter dir, ne? Ja, ich hab mir selber noch eine. Nein, äh, hinter der Box hier, warte. Ja, ich hab mir selber noch eine gecrafted. Ja, auch gut, okay. Hab ich zwei, bis später noch. Jo, springt da einfach mal runter. Kennt doch nix. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das hinkriege, ha? Ich war echt erstaunt. Komm her. Ja, ist alles schon klar, Digga. Hier ist Gold. Für nen Goldapfel. Wir brauchen auch so viel Gold wie möglich. Fällt mir grad mal ein. Na, Goldapfel könnten wir echt machen. Da hinten kommt ein Zombie. Der sollte keine Herausforderung sein für die Profis mittlerweile. Den hast du. Ich hol mir das Gold. Ja, mach das. Das kannst du ja eh noch mit Eisen abbauen, ne? Alter, die legen auch. Ja. So. Noch wieder drei Blöcke. Ähm. Ja, gut. Wir müssen immer noch ein Auge halten. Hier Ausgang im Auge behalten. Hier ist ein Creeper. Ja, mach ihn tot. Nicht explodieren lassen. Nein! Ich glaube, er geht hoch. Nein! Weil das Server gelackt hat, habe ich ihn getötet in zwei Schießpulver. Oh, oh, Skelett. Au, 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 au. Mhm. Wurde Kohle sein. Mir ist aufgefallen, wenn ich die Folgen hochlad, dann sind die noch dunkler, als ich es überhaupt sehe. Ja. Das ist wirklich so. Das ist aber auch richtig heftig. Das ist richtig pervers, Mann. Das ist mir mal schön. Richtig bescheuert. Das ist schon bitter als Skelett. Ich komme mal zu dir, Bruder. Ja. Okay, hier ist nichts weiter. Hm. Da ist das Skelett jetzt runtergesprungen, ne? Du Huansohn! Ach ja, das darf ich ja nicht sagen, ne? Wieip! Da kommt ein Zombie irgendwie? Hm. Ne, der ist, glaube ich, über uns. Okay. Kommen wir hier am Rand lang. Leck Donald DTS, geil. Echt jetzt? Da unten ist noch ein Bruder. Hä? Da unten ist noch ein Bruder. Da unten ist noch ein Bruder. Ich habe nur vier Schießpulver, habe ich jetzt. Nice. Schönes Ding. Dicka! Da kommen auf einmal zwei Zombies aus dem Himmel. Ja, ich habe doch gesagt, die sind über uns. Dang. Bist du da weiter? Ja, ich bin weiter hier in die Richtung. Warte, hier hinter sind Zombies. Warte. Oh ja, da gibt es noch mehr. Warte, kommst du mit? Nein. Was ist hier? Alter, hat es hier viel Eisen. Ja. Ich will jetzt nicht alles Eisen hier. Ich will Diamanten finden, weißt du? Und Gold. Eisen haben wir, glaube ich. Oh, hier ist ein Creeper direkt an der Lava. Ich glaube, den kriege ich nicht. Digga, man kann nie genug Eisen haben. Wir müssen... Okay, gut. Hier unten ist Lava, aber hier sind keine Diamanten. Ich mache mal kurz X-Ray an. Okay, hatte. Hinter dir sind drei Zombies. Pass auf. Ficke sie. Man fickt mich mit dem Ficker. Nein. Ja, ich mache solche Geräusche, Junge. Ich habe nur Schuhe gesehen, Digga. Aber es sind drei Zombies hier runtergekommen. Hier muss oben... Ja, bau doch das Eisen abmalen. Nein, um ehrlich zu sein, will ich diese Zombies-Spawner hier suchen. Düpidu. Ne, um ehrlich zu sein, will ich schon Diamanten suchen. Ja, aber ich suche Sachen, wo auch... Boah. Alex? Ja? Wo bist du? Ich bin immer noch in dem Höhlen-Ding, wo gerade die drei Zombies waren. Boah, wir ordentlich Eisen abhängen. Gut. Ja, ich habe kein Essen mehr. Ich habe auch noch drei Brot auf Brot. Ach ja, wir müssen da jetzt übrigens aufpassen, ne? Weil wenn wir jetzt anderen Spielern begegnen, wir dürfen uns ja halt töten, ne? Und auch jagen, wenn wir darauf Bock haben. Was aber ziemlich blöd wäre, weil ich wette, bis jetzt hat noch keiner Waffen. Naja, wir haben richtig viele Waffen, ohne Witz. Oh, hinter dir! Oh, pff. Entschuldigung. Also ich muss sagen, wir haben richtig, richtig viele Waffen, Mann. Ja gut, aber das war ja auch nur durch Glück, weißt du? Und ich denke nicht, dass jetzt jedes Team so viel Glück hat. Ja. Ja, aber deswegen sollten wir doch umso früher auf die Suche gehen. Sollten wir ja... Wir brauchen aber halt noch mehr Diamanten für... Oh, 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 oh! Gold. Wir brauchen noch mehr Diamanten für eine Spitzhacke. Wir brauchen vier Dias. Zwei haben wir. Jo. Guck mal, welche bitte, wie hoch wir sind. Wir sind jetzt auf 20. Also uns könnten schon Dias entgegenkommen. Hä, lol. Da kommt gerade ein Zombie von oben. Ja, so wie bei mir vorher. Jetzt kam ein Zombie geflogen. Setz dich nieder auf meinen Fuß. Dann hab ich ihn erschlagen. Und sagte Goffert zum Gruß. Aber Redstone brauchen wir doch auch, oder? Ne, ich glaube Redstone ist relativ unwichtig. Digga, was ist hier los mit der Lava? Aber hatten wir nicht irgendwie, dass wir... Haben wir das nicht letztes Mal so, dass wir irgendwie in der Nähe von Lava Dingens gefunden haben? Diamanten? Doch, an einem Lava See. Ja, deswegen solltest du mal fix herkommen. Weiß nur nicht, wo du bist. Hier unten. Hier unten, ich seh nichts. Oh, du Faggel Digga. Ja, warte, hier. Hier unten bin ich. Bau mal alles ab, was du findest. Aber nicht nach unten abbauen, sonst haben wir ein Problem. Warum? Ach, weil da Lava ist? Ja, hier ist ein See. Also ich hab für einen Goldapfel hab ich einen neuen... Das Tripmine schon wieder. Das ist... Halt die Fresse, ich guck mal, ob hier irgendwo in der Nähe was ist. Ja. Gut, dann lass halt abhauen. Ich hab 59 Eisen, ich glaub das ist mehr jetzt genug. Ich hab 64. Und wahrscheinlich noch mehr. Ich glaub ich hab einen Spawner. Ein Stack und 22. Komm mal her, komm mal hier oben hin, komm mal hier oben hin. So, da oben, auch da. Hier. Natürlich bin ich abgestützt, das war so klar. Ach, ich glaub das war nur ein Grafik-Bug, dass ich so weit gucken konnte. Ich dachte ich hatte was gefunden. Ach, Mann. Ich weiß nicht über diese Ding zu springen, das gibt's doch nicht. Ob du dahinter bist, hab ich dich gefragt. Bin ich auch, ja. Retarded. Bitteschön. Also ich frag mich grad, ob das nur bei mir so abartig laggt, weil... Nee, 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 du ruck jetzt auch bei mir rum. Also... Bei mir... Hier... Leckt alles eigentlich. Obsidian. Äh, komm mal her. Höhe 10, Alex. Digga, wo bin... Ja, achso, du... Okay, du bist wieder das Eisenbauder. Ja, ich muss, Digga. Eisen. Bin der Eisenbauer. Ja, du bist ein Bauer, richtig. Ich dachte grad, du stirbst. Nee. Obsidian. Ja, aber wir haben keine Dias, um den Scheiß abzubauen, Mann. Ne, ihr könnt mal welche finden. Ja, ich suche ja auch grade. Pass auf, ne? Sicher ist sicher. Doppelt hält besser, ne? Denk ich mir bei Kondomen auch. Ja gut, lass es. Wir finden hier nichts, Alter. Ist doch nicht normal, Mann. Wohin? Äh, ich bin wieder oben. Ja, ja, schon. Aber wohin? Jetzt? Ja, ich würde... Fuck, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Also, ich wäre nicht unbedingt höher oder da, wo wir schon waren. Hier ist noch was. Hier ist Lapis Lazuli. Und Eisen. Warte, den See könnte ich ja mal zumachen, warte. Dad. Welche Höhe bin ich hier? Ein Zehn. Ups, sorry. Null. Dicht aus. Klappe zu, Affe tot. Gut. Oh, heilige Mutter, Mann. So. Ich baue jetzt komplett random rein und hoffe einfach, dass ich irgendwas sehe. Äh, irgendwas finde. Du bist nicht leistig, was du da machst. Kohle. Ich finde Kohle. Super. Toll. Aids, Alter. Richtig Aids. Kohle braucht man. Ich habe übrigens den Bug in deiner ersten Folge gesehen mit dem Essen, Dinger. Ja, richtig bescheuert, ne? War richtig abartig, war das. Uh. Hier ist irgendwas gestorben, hier liegen die Ep. Ach ne, das waren die Zombieschen. Ah. Ach ja, wir sind ja jetzt hier irgendwo. Denkst du, du schaffst es da hoch zu schwimmen? Weißt es nicht. Lieber nicht. Man soll den Tod nicht herausfordern, Freund. Nicht wirklich, nein. Gut, weil wir müssen ja irgendwie wieder hochkommen. Ich glaube, hier können wir hoch. Also wir gehen mal so ein bisschen. Oh, Achtung. Nicht, 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 nicht. Boah, noch mehr Schießpulver, oder? Ja, jetzt habe ich sechs. Geil, ich habe sechs. Das Holz hast du auch noch, ne? Ja. Gut. Komm mit hoch. Er kommt noch lang hier. Oh, Creeper. Nicht, nicht, renn weg. Ich hab, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nicht. Renn weg, renn weg. Nee, ich bin Topra. Ich bin besser als du. Komm mit, hier rum. Wo? Gehst du in die falsche Richtung? Ich will hier hoch, hier oben ist ein Gang. Vielleicht will ich da lang. Ja, aber vielleicht sehen wir hier unten wieder neue Sachen. Vielleicht sehen wir auch Gegner. Wohin denn jetzt? Wo bist du denn? Hier hoch. Direkt rechts hinter der Ecke. Da. Hier oben. Nee. Ich will mal eine Pizza weiter essen ohne Witz. Mach doch. Mh, kalte Pizza hier, Fotzen. Geil. Ja, läuft euch nicht durch, dass ich nichts sehe. Geil. Siehst du, hier sind wir nämlich runtergekommen. Perfekt, hier sind wir wieder. Jetzt finden wir den Ausgang auch wieder. Siehst du, der Boss weiß alles. Jo. Brauchen wir wieder neues Fleisch. Ja. Ja. Wir sehen euch, jojo. Ja, wir können es nicht sein. Warst du hier dann schon? Ja. Schon. Ach nicht, fuck, wir müssen einmal rumlaufen. Entschuldigung. War mein Fehler. Immer so diese Möchtigern lustigen, ne? Ja. Ja, Mann. Ohne Witz. Ja, gut. Folge Ende. Gut. Wo bist du? Alex, komm zu mir. Bis zur nächsten Folge. Schau bei den anderen vorbei. Lass eine Bewertung da. Wir sehen uns. Bis dann. Liebvoll, liebevoll, ey. Tschüss. Tschüss.